das wievielte mal spielen wir die map jetzt? öh ne mehr mehr siebte glaub ich mal wieso hast du immer noch die google? da kommst du echt mit kümmer und korn besser und gut weil guck mal da oben hast du auch noch mal extra kümmer und korn und wer guckst du durch oder du hast da oben kümmer und korn? siehst du es? du hältst dir jetzt in den kopf rein wie es aussieht du hast noch nicht mehr extra strings du kannst gar nicht heilen du kannst gar nicht ich weiß nicht wie du dir das ding erstellst dass du immer gar nichts dabei hast ich habe gegriffen so links rechts dann gehen wir mal rechts lang was was tut das? hat den ja geschossen von links aber der schuss kam von da oben ist er der war da oben war der ne da oben der der totes na da ich sehe der kommt gleich wo? boah rechts kam auch noch einer hab das wäre schon wenn sie da ich hab ihn ne der ist tot da hab schrei misstau schrei da ist eine hk liegt da rum die andere gehört mir auch komme wirklich nimm die scheiß g's nach auf ey äh kriegst du sind es du? ah da ja gibst du mir? ja irgendwo woanders nicken danke oh holt mal cool so wir können uuuhh mit laser misstet laser ah ir ok naja ir ist immer besser so also da habe ich ein ominite der kam von hinten die misst zau ne was du da 1 auf kibo oder 4 haben wir schon mal du laserst hier hier seitlich wieso schießt du mich ich sterbe wegen dir nein nein brauchst du nicht brauchst du nicht brauchst du nicht behalte den scheiß oh komm da äh äh rechts unten sache rechts unten hab er war unten da unten war da kommt da kommt einer oder da kommt einer das ist ja unten neuner lang getudelt entweder von da oder von da das ist ja das ist exakt eine du kannst die munition von der benutzen ja das ist exakt eine du kannst die munition von der benutzen das ist hier die die wappen von denen hier das exakt eine oder donny also von der andere war deine also wenn du ne sks findest kannst sie benutzen da granate hier die granate kannst sie einpacken da kommen sie da 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 ich hab gehört also rechts 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 ah wir sind hier bei dir bei den häusern ok wow hast du ok da kommt einer hab oh der besuch ja gut da müsste gleich noch einer kommen der hat einer geworfen hat was ist dein munition noch kommen hinter die da da geradeaus ja ich sehen warte passt du bitte um die ecke auf ab links ecke genau um die häuse ecke da 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 genau rum ich hab noch ein bleib da bleibt 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 bei mir ich höre einen laufen du bist doch ok ich hab da zwei unten ne guck mal da lang guck mal da lang genau das ist deine standard munition hier ist auch noch mal eine mit der standard munition hier hast du viel jahrzeug für die mitnehmen ok ok warte mal muss man kontrollieren ok ungefähr fünf schuss noch drinne bei mir also in der hier ich glaube da ist einer hinter der wand mal kurz gucken die map ist schön oder das ist eine echt geile map so ich glaube da hinter ein haus habe ich mir eigentlich mal hingepackt und da habe ich da lang und da lang geguckt und da habe ich alle umgenietet da hinter ein haus ist wahrscheinlich einer beziehungsweise in haus sind zwei da oben zwei mal patrouille du hast aber die zwei gesehen oder wenn wir die einmal rumgehen oder warten ich habe zweimal smoke eingepackt wo bist du hast da kommt noch einer waren zwei das war nur zwei hast hast du ihn oder nicht und wo kamen die schüsse von da oder von da ja ok da ist er müsste denn da sein bzw eine könnte uns da ab 1 hinter mir hast du pass auf da da kommt keiner beziehungsweise er geht hoch rechts von uns rechts von uns rechts von uns da hier das war der letzte schuss aber 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 die querschläger sind echt böse bei mir du hast sie nicht benutzt nein das ist noch voll die spritze aber da kommt keine necke pass auf ok ne die die lösung da kommt lass 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 ich kümmer mich lass ich lass ich lass ich ab da kommt rechts 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 da kommt ja durch da kommt da kommt da kommt da kommt da kommt da kommt zwei ja noch einer rechts ganz rechts da ist ein pad weg geworfen hier da das ein mit mit die 36 mit einer optik mit rot punkt optik oder nicht jetzt kann es mir die dicks herausnehmen mit magazin ich finde das magazin besser als das andere scheiß ding besser äh gut ne kurz ne dem magazin sondern die optik so wie viel noch 12 ich glaube da ist aber ein warmer das ist ohne stutter ok hier ist eine explosive da da wie was gehört links ab genau da rechts von dir da da ein sniper ja wo ist der da unten ok ja also die querschläger sind echt fies die querschläger abgesehen kalaus kalaus zwölf ja um noch acht da hinten da hinten da hinten da 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 habe ich was rumlaufen sind da hier wie lange rufen wir jetzt durch die höhle oder stramm durch wieso rennst du mal vor kein wunder dass ich mal verrecke ach ich sollte früher sterben ich kann hier gar nicht rennen wo bist du gerade mal bei öl teiler pass auf da oben müsste wieder eine rum grassieren auf den vorsprung da ein haus beziehungsweise da unten da ist ja mal nach oben weil ich wies wohl bist war da ok 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 da müsste einer drin sein ja sag ich doch ich höre komm mach leise komm mach leise links den kannst du wenn du von der anderen seite kommst kannst du ihn immer leise ausschalten denn du guckst immer in die gleiche richtung was mit so pass auf da oder da auf dem vorsprung ist neuer ich sehe gar kein boah ey ok sauber 6 es wird ja interessant waren wir schon hinter ein haus oder auf der berge hier auf dem berg waren wir noch nie oder einfach mal mit wir locken die jetzt mal raus bist du vor die türen kommen warte das start das ist ja okay immer dahin hast du müssen noch in den hast du hast es eben zwei um in die tatsache deswegen sagt ja wenn du da oben bist du hast eigentlich in sicht machen es noch gut weggekommen war das rennen ich hasse dass man hier nicht so rennen kann und das ding gibt es auch einmal so in kennst du spiel sport so gegen andere spielen und so das soll dann irgendwann mal rauskommen hätte schon vor jahren rauskommen sollen auf so spiel wart ihr auch noch bis dann rauskommen genau da hoch genau hoch 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 genau hoch und dann aber hinten rum hörst du einen ja 1 2 da habe ich noch hingehört da wirst du noch hin oder dann da genau da sind zwei da genau da sind zwei so pass auf da drin ist noch einer im haus da im haus oder da draußen an der mauer ist einer entweder ein haus oder an der mauer das im haus genau da ein sound ja damit seine oder oben ich weiß nicht hast ja gut einer noch was du wirst die umbringen und dann kannst du mir sagen wo ist was soll ich mache es jetzt ganz einfach was soll denn das denn wieso hast du die umge hast du jetzt eben nur damit du gucken kannst wo der ist oder was ja das wie ein scheiß du sollst mit suchen du Arsch ich klinge noch gar nicht mal auf der Reibe siehst du siehst du den also hat sie schon gefunden der ist hier drin Ist das genau um der Ecke? Hey, den wollte ich mir eben gönnen mit der Pistole.